Willkommen bei One App A Day. Jeden Tag eine App. IOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, servus, kürzer und hallo und willkommen zur neuen One App A Day Folge. Ich hatte es schon vor einiger Zeit angekündigt, ich muss mal einen Rant ablassen und die Kategorie ORD-Rant ein wenig füllen. Die Rede ist von einem Rant über den Amazon Free-V-Dienst, F-L-E-E-V-E-E. Dem Dienst, wo man im Prinzip Serien und Filme gucken kann mit Werbung. Es wird beschrieben als kostenloser Premium-Streaming-Dienst. Darüber kann man sich streiten, weil ihr braucht nämlich ein Prime-Abo, um das überhaupt anzugucken zu können. Wenn das jetzt natürlich ein Dienst wäre, wo man gucken kann ohne Abo, dann würde ich nicht meckern. Ganz definitiv nicht. So, ihr braucht erstmal ein Abo. Gut, Prime-Abo hatte ich eh, unter anderem wegen Amazon Music. Ja, worüber man jetzt auch schon wieder losranten könnte, weil Amazon Music ja im Prinzip kaputt gemacht wurde. Anders kann man es nicht sagen. Free-V, also darum soll es ja gehen. Grundsätzlich finde ich das noch okay. Da sind zum Beispiel auch sehr, sehr gute Serien dabei. Unter anderem die neue Bosch-Serie, Bosch Legacy. Da kommt dann halt pro Folge irgendwie so drei-, viermal Werbung. Kann man machen. Das stört mich persönlich gar nicht so ganz stark. Was aber sehr stört, ist die App. Beziehungsweise, ja, man guckt sich das über die Prime-Video-App halt an. Aber anders als bei, ich sag mal, dem Standard-Prime-Video. Merkt sich Free-V nicht. Was habt ihr als letztes geguckt? Es wird sich nicht gemerkt, der Abspielstand. Das muss man sich merken. Also, ich starte auf dem Fire-TV-Cube eine Folge zum Beispiel von Bosch Legacy. Und am nächsten Tag, ja, klicke ich auf Weitergucken. Und dann startet es irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Folge der Staffel. Ja, merkt sich das, wie gesagt, nicht. Das Ganze nicht nur auf dem Fire-TV-Cube, sondern auf allen anderen Geräten, wo halt Prime-Video läuft. Also auch auf dem Smartphone oder Tablet oder so. Und das ist richtiger Mist. Ganz davon abgesehen, dass ganz viele Serien, die vielleicht vorher im normalen Prime-Video, in normalen Anführungsstrichen, also im Prime-Video, wo ihr jetzt halt ohne Werbung gelandet wären, die landen jetzt bei Free-V und dann wird gesagt, hey, ja, geil, Free-V, kostenlos. Ja, wie gesagt, ist halt nicht kostenlos, weil ihr das Prime-Abo braucht. Trotzdem, ja, wie gesagt, Bosch Legacy oder Falling Skies oder so. Tolle Serie, die ich gerne gucke. Aber das ganze Drumherum-Erlebnis macht das doch so ein bisschen kaputt. Anders kann man das leider nicht sagen. Das ist nicht der große Wurf von Amazon, ganz definitiv nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye-bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info.o-a-a-d.de, facebook.com slash oneappatag, gplus.eu slash oneappatag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatag. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Vielen Dank.